Und, jetzt sind wir da. Oh, kein Schwanz. Ei, ei, ei. Und, wenn bloß ein Rotweiler weit oben ist. So drei Meter noch. Ein Fisch, den Hund, Rotweiler. Genau neben der Mäckchen. Ihre Meinung zum Konzert heute Abend? Erfrischend und anders. Ihre Meinung zum Konzert heute Abend? Kennst du den historischen Ereignis? Historische Ereignis? Ich kenne die Gruppe schon einige Jahre. Die gleichen Lieder, die bei den historischen CEO hören. Sie sind begeistert, der Arnhäcke. Ah, da ist er, der Schlagzeuger. Meine Damen und Herren, ich bin hier hinter dem Schlagzeuger vom Garage hinterher. Hier ist er. Herr Wild, vor dem letzten Konzert noch eine Frage. Eine Frage, warum spielen Sie hier so nur? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hartmut ist die Deutschlandsbürger aus der Bundesrepublik Hartmut fährt die Dicken BMW und schafft die Läuferbrink Hartmut hat die aufgebuckt, Hartmut hat die Wände geschmuckt Hartmut ist ein autoritäres Erziehungsprodukt Mensch, Hartmut, jetzt geht's doch los Mensch, Hartmut, ist uns nicht zu spät Mensch, Hartmut, lass du allein Such du allein, weißt, wie's weitergeht Du blickst nach vorne und ziehst Lauter Träume und Fantasien Die immer und immer wieder an dir vorüberziehen Du hattest nie den Mut, dich mal durchzusetzen Mensch, Hartmut, jetzt hab doch mal Mut Und fang an, los zu fetzen Mensch, Hartmut, jetzt geht's doch los Mensch, Hartmut, ist uns nicht zu spät Mensch, Hartmut, lass du allein Such du allein, weißt, wie's weitergeht Mensch, Hartmut, jetzt geht's doch los Mensch, Hartmut, ist uns nicht zu spät Mensch, Hartmut, lass du allein Such du allein, weißt, wie's weitergeht Musik, Hartmut, sind wir Musik, Hartmut, ist uns nicht zu spät Musik, Hartmut, ist uns nicht zu spät Musik, Hartmut, ist uns nicht zu spät